So, ich zähl bis drei, da tut's ein bisschen weh. Den Trick kenn ich schon. So, ganz vorsichtig, runterlassen. Bewegen Sie mal den Unterarm. Ganz vorsichtig. Geht doch wieder. Alles gut. Herrlich. Meine Kollegin, Frau Dr. Förster ist eine Koryphäe im Einrenken. Naja, man tut, was man kann. Somit übergebe ich jetzt wieder an meinen charmanten Kollegen. Vielen Dank. Tschüss. Gute Besserung.